Was finde ich denn? Bin ich blind? Die Wasserflasche ist glaube ich bei dem Lebensmittelzeichen oben. Äh, macht natürlich Sinn. So, ich hab mal vier, ähm... Äh... Da! Es gibt extra ein Zeichen für Tauchausrüstung. Ja, das auch. Okay, Glibber-Kunststoffseil. Mach's auch, ne? Ich bin, ich hab mich schon, äh, in der kurzen Wartezeit, äh... ...ausgerüstet. Nicht bis du in der kurzen Wartezeit ausgerüstet. Was soll ich sonst machen, wenn du zu blöd bist, dein scheiß Internet ins Laufen zu kriegen? Hä, hä, hä... ...kunststoff, glibber, bam, bam... ...so, und so, und die... ...brauch ich nochmal Kunststoff... ...bam, bam... ...so, und dann baue ich mir, glaube ich, auch mal einen Bogen, ne? Später. Hm... Great idea! Ich hab nochmal vier Federn gefunden, zack. Na, wer hat denn da Salz, Süßwasser rausgenommen und... Ach so, geht ja gar nicht. Was? Hä? Hm? Sprechen Sie ruhig. Hm? Hm... Ganz genau, mein Freund, ganz genau. Hm? Versteh ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Trotzdem liebe ich dich. Und dabei... ...lieb ich euch beide. Hm? Beide. Ja, legen wir uns gleich mal schlafen, ne? Ja, dann lass uns das tun. Dann sind wir wieder hungrig. Dann ist alles, was wir bis jetzt vorbereitet haben, wieder für den Arsch. Ich weiß ja, wie so ein Spiel ist. Einmal schlafen schon. Oh, du hast wieder Hunger. Ey, das ist echt weniger geworden. Was ist denn für ein kranker Scheiß? Ja, wie im reellen Leben. Hast du das schon... Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Du bist abends ins Bett gegangen, satt. Und morgens aufgewacht und dann hattest du Hunger. Ne, kenn ich nicht. Dann ist in Ordnung. Dann will ich auch nichts gesagt haben. Wo bist du? Springen wir beide ins Wasser und stechen den mal ordentlich ab, den Penner, ne? Komm mal her. Komm mal her. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja. Du sollst nicht in seinen Mund springen, Mensch. Ich habe ihn abgestochen. Zweimal. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Er ist tot. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Dann können wir ja loslegen, wa? Ja. Wir schwimmen in die andere Richtung. Du machst, wie du möchtest. Das ist Stein, ne? Den brauchen wir nicht. Hier ist noch Müll. Es geht ja auch nur darum, dass wir den Zivilisationsmüll entfernen, weißt du? Ja, und dass wir so einen beschissenen Kugelfisch finden. Ja, wenn ich den finde, ne? Den Kugelfisch. Dann schreie ich laut, also wie so ein Mädchen, ne? Greif den aber nicht an. Ja, genau. Dann rufst du mich und dann kümmere ich mich darum. Ich könnte ja schon mal einen Warnschuss probieren mit dem Bogen, ob das funktioniert. Also du musst halt auch immer mit offenen Augen schwimmen, ne? Der schwimmt halt ganz normal einfach hier rum. Also du weißt genau, sowas kann man von mir nicht verlangen. Mit offenen Augen mach ich hier gar nichts. Offene Hose? Ja, durchgehend. Das ist normal, weil ich ja gar keine trage. Du weißt, bei Let's Plays mit dir immer nackt. Ja, besonders wenn wir zusammen an einem Ort aufnehmen. Genau. Dann hab ich immer eine Hand am Joystick. Und die andere aus. Frage ist nur welcher Joystick. Ja, dann. Hier ist ein bisschen Kupfer. Ich hab echt Angst, dass ich so ein Scheißkugelfisch sehe. Weil, wenn der explodiert, dann hast du verloren. Ja, dann sorgst du einfach dafür, dass er auch nicht explodiert. Das ist auch so leichter als jetzt. Weil der explodiert ja nicht in fünf Kilometern Entfernung, sondern der ist ja... Ne? Achja, ich wollte ja nochmal probieren, ob ich unter Wasser schießen kann, ne? Da war da was. Ja, kann man. Ich kann auf jeden Fall spannen. Wenn ich unter Wasser spannen kann, dann werde ich in Unterwasser auch schießen können. Hier ist wirklich nix. Ja, echt. Hier drumherum, ne? Vor allem sind hier immer nur Steine. Die will ich doch nicht. Und ich habe überhaupt keine Algen bis jetzt gesehen. Kann das sein? Weil wir könnten Algen immer gebrauchen. Ich habe einen. Bitte was? Ich habe einen Kugelfisch. Bring um. Und sammle das Powder. Aber wenn wir tatsächlich jetzt für jeden Schuss einen Kugelfisch brauchen, dann haben wir ein Problem, du. Pssst. Ne, die gehen doch unter Wasser direkt. Ja, aber es muss ja eine Möglichkeit geben. Ist der in der Nähe vom Land? Kannst du vom Land was machen? Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Der kommt mir entgegen. Alter, der hat abgedreht. Weißt du, wo einer ist? Ich merke mir das. Ey, Alter, das ist genau unter dem Siff. Weißt du? Mhm. Wo du gesagt hast. Ich glaube, ich habe das etwas gewilder ausgedrückt. Willst du mal gucken? Ich bin ja auf dem Weg zu dir. Mhm. Aber unter Wasser da... Ich glaube, es gibt Harpunen. Es muss Harpunen geben. Ist mir noch nicht aufgefallen. Die... Ich schieße und dann gehen die direkt wieder runter. Ja gut, okay. Das wäre ja auch thematisch sinnvoll. Wasserstoff, ja? Ich weiß ja nicht, ich sehe noch nichts. Ich sehe nur dich im Wasser. Der ist sehr tief, der ist sehr tief, der ist sehr tief. Wenn ich ihn sehe, dann schwimme ich sofort wieder zurück. In Hoffnung. Der war hier gerade direkt am Boden. Vorsicht, der war hier irgendwo direkt am Boden. Der ist direkt unter dir. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Na, da müssten wir mal hin. Da ist nämlich Material, da kann man was looten. Wir brauchen gar nicht den Kugel, wir brauchen nur das Material. Nein, das nehmen wir aber gleich mit, weißt du? Dann müssen wir gleich mal eben am Raft gucken, ob es wirklich sowas wie eine Harpune gibt. Ich meine, wir dürften ja sowieso jetzt gleich wieder Kontakt mit Elgor haben. Ich hasse ihn. Ich finde Tram schlechter. Ich finde Tram schlechter. Ähm. Politisch. Ich schnauze. Aber ich finde, die Insel bietet jetzt aber nicht so viel. Hier? Ja, wenn wir da wahrscheinlich noch hoch schwimmen, dann wahrscheinlich schon. Wo willst du hoch schwimmen? Ja, nicht hoch schwimmen, hoch gehen. Das ist doch was anderes. Das ist doch schon identifiziert, dass ich das haben will. Nee, hier unter Wasser, dass da so wenig ist. Also viel Steine, aber ein bisschen Ton. Olaf, weißt du? Mhm. Mhm. Das Schlimme ist, die Witze werden aber auch nicht besser, ne? Das ist halt... überhaupt nicht. Aber was fällt dir sonst bei dem Begriff Ton ein? Olaf? Ja. Und wahrscheinlich gibt es viele, die sagen, wer ist ein Olaf-Ton? Den Olaf meine ich doch gar nicht. Welchen Olaf-Ton meinst du denn? Keinen Ton. Dann sag aber auch nix. Warte mal. So. Jetzt haben wir's. Boah. Aha. Ich mach's doch mit Pfeil und Bogen. Ich geh runter. Weißt du jetzt, wie's geht? Ja. Gut. Zum Glück gibt's J-Job. Das heißt, während du ein YouTube-Video aufnimmst, hast du YouTube geguckt. Ja. Ja, aber ich jetzt wissen wollte, wie ich den scheiß Fisch kille. Also ihr seht, das ist ganzer Einsatz nur für euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das heißt, während wir aufnehmen, gucken wir auch noch Videos. Das ist Multitasking. Das kann nur Gorilla... Beginne Poison Puffer Hunter. Ist ne Errungenschaft, die hier gerade freigeschaltet wurde. Explosives Schleim. Okay, das ist gut. Den können wir gebrauchen. Ah, bin ich geil. Wir, sorry. Ich bin ein Teamplayer. Wir sind geil. Ich hab doch nix gemacht. Ich fummle mir hier ganz gemütlich einen zurecht. Ich bin geil. Ich bin geil. Hast du den Ei schon wieder gesehen? Ne, bis jetzt noch nicht. Sonst hätte ich aber auch was gesagt. Okay. Okay. Die Information würde ich eher nicht verschweigen, weil ich bin ja Teamplayer, weißt du? Nur... wenn einer gerade auf Kugelfischjagd ist. Naja, weißt du, das wäre ja alles nicht so schlimm gewesen, weil dann hätte ich kurzerhand gesagt, du, wir müssen glaube ich Kollege Hai nochmal töten. Dann wäre ein Großteil der Aufnahme heute mit Haijagd gewesen. Oh, er ist über mir. Oh. Wähl aus. Warte, warte. Er kommt. Oh, jetzt muss ich aber hoch. Nooo, ich seh ihn nicht. Und natürlich, genau jetzt beginnt auch die Musik. Wenn er bei dir ist, ist er nicht bei mir. Das ist natürlich der große Vorteil. Ja, alles gut. Wenn wir da raus. Ach, ich mach mir schön. Wenn du aus dem Wasser bist, dann kommt er ja zu mir. Ich bin nämlich noch im Wasser. Er ist doch komisch schnell weggedrift. So von wegen. Ey, da ist noch einer. Den stech ich mal ordentlich ab. Meinst du? Ja, ja, ja. Ich glaub, das hat er auch gesagt. Kannst du jetzt high-deutsch? Ja. Das Wasser ist schön drüber, ich seh nix. Da ist immer noch so ein Glibber-Gilly über dem Wasser. Die Frage ist jetzt, ob das dann immer noch... Immer noch... Da ist, wenn der Glibber-Fisch tot ist. Oder ob das heißt, da ist ein Zweiter. Ich kann's dir nicht sagen. Ich würde empfehlen, wir gehen mal hin. Genau, da war ja eh noch was zum Lügen. Hier unten ist wirklich nix. Hier kommt Sonne an. Hier ist aber auch nix. Dann geh ich mal hier oben gucken. Ich hoffe, der Fisch... High-Fisch... Ist immer noch auf... An dir interessiert. Nö, nö. Also ich bin schon lange nicht mehr im Wasser. Klopft, der ist hier am Boot. Der schwimmt hier unter dem Boot. Ja, da weißt du, dass er einfach denkt... Weißt du was? Komm, vielleicht fällt ja der Affe ins Wasser. Dann kann ich ihn mir schnappen. Ist viel geiler. Ja. Schmeckt viel besser, der ranzige Affe. So kennt man mich. Schön ranzig. Ey, fuck. Jetzt muss ich diesen einen Pulver ja echt dafür benutzen, damit wir damit forschen können, ne? Ja, aber wir müssen es ja machen. Da kommt ja kein Weg dran vorbei. Ich mach das jetzt. Ja, ja, ja. Erforscht das. Haben wir doch beide was von. Öffnen. Jetzt platziere ich den explosiven Schleim hier oben und drück Erforschen, ne? Hm, genau. Ja, geht nicht. Ist das lustig. Pufferfisch, 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 Pufferfisch. Ja, weg, 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 weg. weg 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 egal wo du bist weg merkt er das wo du bist merkte dass ich muss erst mal weg das voll schnell sagt merkt er das wo du bist ja hier wo bin ich denn ich muss dir merken hilf mir doch mal der fisch ist auf jeden fall mit steinen unterwegs hier ist noch ein puffer fisch kann das sein dass der puffer fisch nicht angreift also hatte schon hinterher klar ja aber er war jetzt plötzlich vor mir hat er dich verarscht hauptsache dass sie explodiert nein wo ist denn das recht sagt mir doch mal wo mein recht ist und der ist hinter mir her so hilf mir doch mal da ist er der 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 heiter hat jetzt habe ich noch eine seite ich komme nicht raus hier ist nirgendwo ich habe ihn zweimal am kopf gestochen ich bin raus siehst du mich nein du hast doch gesagt ich soll mir die stelle merken mit dir kann man nicht spielen ich kann mir doch nicht merken wo du jetzt wasser ums du könntest du ruhig mal was merken ich komme jetzt ans kräft ist gleich dunkel dann bringt das nichts und dann kannst du ja mal gucken ob da wie das faule wie ich da oben steht weißt du wie ich da nicht hafe